Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf den Amazon Fire TV 4 Serie Smart TV mit 50 Zoll, 127 Zentimetern und 4K UHD. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Fernseher bist, der dir ein beeindruckendes Seherlebnis bietet, dann bleib dran. Denn dieser TV könnte genau das Richtige für dich sein. Der Amazon Fire TV 4 Serie Smart TV bietet ausgezeichnete Unterhaltung in 4K. Mit Unterstützung für 4K Ultra HD, HDR10, HLG und Dolby Digital Plus werden Filme und Serien auf dem Bildschirm zum Leben erweckt. Die lebensechten Bilder sprengen die Grenzen des Bildschirms und bieten ein klareres und brillantieres Bild mit satteren Farben im Vergleich zu 1080p Full HD. Ein weiteres Highlight ist die Alexa Sprachwarnbedienung für Fire TV. Drück einfach die Sprechtaste, um nach deinen Lieblings-Apps, Filmen und Serien zu suchen oder das Wetter, Sportergebnisse und vieles mehr abzurufen. Dein Fernseher Deine Inhalte Streame über 100.000 Filme und Serienepisoden und schau deine Lieblingsinhalte mit deinen Abonnements für Netflix, Prime Video, Disney Plus und mehr. All deine Entertainment-Inhalte an einem Ort schau live und free TV, spiel Videospiele oder streame Musik. Der Fire TV lernt ständig dazu und erhält neue Alexa-Skills, Features, Smart Home-Steuerungsoptionen und Sprachfunktionen. Verbinde all deine Geräte, nutze die drei HDMI-Anschlüsse für eine Kabel- oder Satellitenverbindung oder um Videospielkonsolen anzuschließen. Und für einen noch besseren Klang kannst du Audiogeräte über HDMI-EARC anschließen. Schauen wir uns nun einige Nutzerbewertungen an. Matthias Jeckel schreibt, Am letztjährigen Prime Day konnte ich mir den Amazon Fire TV 4 zu einem unschlagbaren Preis von rund 180 Euro sichern, und ich bin von meinem Kauf absolut begeistert. Die Bildqualität ist gestochen scharf mit lebendigen Farben und beeindruckenden Kontrasten. Die Größe des Bildschirms ist perfekt für mein Schlafzimmer und bietet ein immersives Seherlebnis. Die Bedienung des Fernsehers ist kinderleicht und die Integration von Amazon Fire TV ist ein weiteres Highlight. Die Konnektivitätsoptionen sind ebenfalls beeindruckend. Insgesamt bin ich äußerst zufrieden mit meinem Kauf. Ken Unity gibt dem Fernseher 4 von 5 Sternen und Alex B. log das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Bildqualität. Er schreibt, Der Amazon Fire TV 4 Serie Smart TV mit 55 Zoll, 140 cm, 4K UHD ist ein hervorragender Fernseher für einen günstigen Preis. Er bietet eine gute Bildqualität, zahlreiche Smart-Funktionen und einen ausreichenden Sound. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Amazon Fire TV 4 Serie Smart TV mit 50 Zoll, 127 cm und 4K UHD ein hervorragender Fernseher ist, der ein beeindruckendes Seherlebnis bietet. Mit seiner ausgezeichneten Bildqualität, den zahlreichen Smart-Funktionen und der einfachen Bedienung ist er eine großartige Wahl für jeden, der auf der Suche nach einem hochwertigen Smart TV zu einem erschwinglichen Preis ist. Wenn du also auf der Suche nach einem neuen Fernseher bist, dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren und ihn direkt bei Amazon zu kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.